1 am besten ist ich versuche schon ein paar hier davon zu treffen und gleichzeitig hat den da oben so macht man es nämlich nicht das Leben heißt einfach mal baum jetzt müssen wir alle treffen außer den einen roten ah schon fail aber derbst ähm ja mal weiter ah shit was mache ich denn hier ah das sieht ah das sieht gut aus ne ich mach erst hier oben dem weil sonst irritiert mich hier andere Kram ach schon wieder man so ja Nein! Zwei Stück. Das ist auch wieder eine harte Nuss. Das Einzige, was wir nur versuchen können hier, ist, ähm... Ja, halt nicht mit voller Möhre drauf zu ballern, sondern dass der Hals am Scheitelpunkt da oben, dass der dann wieder so runterfällt. Ah, das war zu viel. So wäre ganz gut, ja. Jetzt müssen wir... Das ist... Eigentlich ist es machbar hier, das hier. Aber nicht für mich. Gut. Hauen wir erstmal den hier oben kaputt. So. Und dann... Komm. Nein! Jetzt muss ich gut sein. Aber... bin ich halt nicht. Ah! Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee, das war schon doof. Schlecht, schlecht. Boah. Das wird schwer. Oh, einer. Das funktioniert nicht. Ich krieg's nicht hin. Das war so Glück. Mein Gott. Okay. Diese Dinger hier, die da, die Lieder. Ach, die dann. Die pinken Ballons. Die sind so Laserschwerter quasi. Und was ich eben auch noch gar nicht gesagt habe, wie ihr gesehen habt, sind das hier so Stachelsteine, die nach unten fallen. Aber einfach mal... Ah, okay. Wir müssen den hier oben kaputt machen. Genau. Dann fallen die links runter und die anderen werden dadurch ausgelöst, dass das Laserschwert halt ausgelöst wird. Das ist eigentlich hier wieder ein einfaches Level. Wir müssen einfach nur das da kaputt machen. Und da nicht gegenschießen. Fail. Komm. Okay. Bisschen zu wenig. Ah. Hier muss man teilweise auch mit Kettenreaktionen arbeiten. Also angucken, wo könnte was da platzen, wie geht was kaputt, bla bla bla. Hier hat man jetzt zum Beispiel nur einen, ähm... Einen Dart-Pfeil. Und man muss halt eine perfekte Flugkurve hinkriegen, damit man alle Nadel... Alle Nadelballons kaputt macht. Ah, der wäre jetzt ganz gut gewesen, wenn ich ein bisschen Verschwung gehabt hätte. Ja, genau. Das Level hieß Entfinde irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ein Ü gefehlt. Wir haben auch nur einen. Das war zu schlecht. Ah, ganz knapp. Okay, ein bisschen nach links. Ach. Komm. Noch ein bisschen. Ah, das war schon zu viel. So. Ach. Ja, geht doch. Nächstes Level. Okay. Hier müssen wir schnell sein. Because, ähm... Wir haben hier ein Glas, wo ein Luftballon drin ist. Und wenn wir dagegen schießen, geht das Glas kaputt und ein Luftballon fliegt nach oben. Und wenn er nach oben fliegt und dann aus dem Bild raus ist, können wir die noch nicht mehr kaputt machen. Ähm... Ja. Deswegen müssen wir schnell hintereinander schießen. So am besten. Aber... Wir müssen halt da hinten diesen pinken Luftballon treffen. Dann mit einem Dartpfeil auf dieses Eckenteil da fliegen. Und das ist so ein... Ähm... Ja, so ein Gummi-Brett. Irgendwas. Keine Ahnung. Wo es halt wieder von abprallt. Und damit müssen wir dann den kleinen roten Luftballon da kaputt machen. Ja, hört sich sehr interessant an. Na, das war nicht so gut. Achso, genau. Okay. Es ist Level. Äh... Wie wir hier sehen, sind hier Bumerangs. Die machen das eigentlich auch, was ein ganz stinknormaler Bumerang tut. Und fliegen und zurückkommen. Das war so ein Fail. Mein Gott. Hä? Okay, es ist, glaube ich, das Beste, wenn ich den hier unten kaputt mache. Fail. Hä? Ha! So. Dann... Bats! Okay, das hätten wir, glaube ich, auch schon von Anfang an machen können. Gut. Nächstes Level. Ähm... Ja, wir müssen hier einmal von unten reinschießen. Und einmal hier von der Seite. Nicht gut. Ah. Gut. Und jetzt... Ah, nein! So? Ja. Und dann einmal von hier unten. Und da fährt gerade ein Traktor lang. Und wir sind draußen. Äh... Nächstes Level. Gut. Wir dürfen hier oben diese... Ähm... Steinies... Dürfen wir nicht berühren. Sonst fallen die auf die Eisballons drauf. Und dann vereist uns den Kram da unten. Das Level heißt Auchy. Zack. Fail. Ach, und wir haben nur einen Versuch. Ja, das nenne ich mal fair. Super. Sehr gut. Nächstes Level. Komm. Das ist schwer. Weil hier muss man, glaube ich, alle... Ach. Der hat gewartet. Der wollte raus. Ähm... Ja, wir müssen hier irgendwie versuchen. Alle... Okay, dann machen wir erst die hier oben kaputt, weil das ist einfach logisch. So, jetzt fehlen uns noch fünf Stück. Wir haben noch einen. Ne, das funktioniert nicht. Oder? Ach, einer hat gefehlt. So. Nehmen wir mal die da hinten. Ja, kaputt. Die sind echt dumm platziert, die E-Teile, ey. Okay. Es fehlen noch sechs Stück. Nein, das... Na gut, jetzt müsste ich eigentlich nur den und den da hinten treffen. Das ist alles... Supi-dupi. Und? Nein, natürlich nicht. Ah, das war dumm von mir. Wir haben es eigentlich schon geschafft. Oder? Jo! 34 für 34. Nächstes Level. Ah. Okay, wir müssen am besten... Beide treffen. Mit einem Schlag. Ja. Dann müssen wir hier runter gehen. Müssen... Das kaputt machen. Und dann... Genau. Nächstes Level. Oh! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ähm. Ja, zuerst... ... ... schießen wir hier durch diese Bröckel-Steine durch. Ah, ne. Das müssen wir andersrum machen, weil sonst kommen wir da unten nicht hin. Ganz leicht- Schräg. Ja. Eins, zwei... Gut. Und jetzt müssen wir versuchen, diese drei hier oben zu töten. Aber... Jedenfalls muss man die als letztes töten, sonst funktioniert das nicht. Dann lass ich den mal so, dann brauch ich den einfach nur noch in die Richtung zu drehen. So. Ah, super. Nächstes Level. Äh... Dreiecke. Ja, wir sind ja auch nicht blind. Oh, was ist denn das für ein Assi-Level? Oh mein Gott. Okay, hier dürfen wir auch nicht mit voller Wucht mit drauf bolzen. Sondern sollten die schon ein bisschen mit Gefühl rangehen. Wenn das mein letzter Schuss gewesen wäre, wäre ich so ausgerastet. Nächstes Level. Der eiserne Vorhang, denk ich mal. Ähm... Ja, 26 Stück mit 6 Dartpfeilen ist machbar. Denk ich mal. So ein 6 Stück. Und noch zwei. Zack. So. Es ist Level. Es dauert halt immer zwischen Level ein bisschen länger, weil da wird automatisch abgespeichert. Deswegen... Huch. Dauert das halt ein bisschen. Ich glaube für das Level habe ich auch recht lange gebraucht. Schlecht. Huch. Schlecht. Huch. Das war doch. Das war doch. Das war doch. Ich versuche es jetzt noch dreimal. Dann mache ich vor heute noch Schluss. Ich würde nämlich gleich noch ein bisschen was mit dem Dämpf aufnehmen. Ein bisschen Rockband. Okay. Nein. Ja gut. Ich mache dann für heute mal Schluss. Ich finde, ich war sehr produktiv. Ich bin jetzt im 26. Level. Ähm. Ja. Ich bin doch froh, dass ich bei dem 8. Level oder wie das war. Mit diesen Bomben da, die da so hoch waren. Und dann hinten den komischen Ballons da. Ähm. Vor allem war ich eigentlich ziemlich schnell durch. Ich habe da früher, also was heißt früher, ich habe da vor ein paar Wochen oder so bestimmt, keine Ahnung, zwei Stunden dran verbracht. Naja. Ähm. Ja. Ich hoffe euch hat es gefallen. Und ähm. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschaui.